Schaut mal, was Hop-Hop da macht, wie er Tag zur Nacht und was, wenn er sich versteckt, habt ihr ihn schon entdeckt? Hop-Hop die Eule Hop-Hop Hop-Hop, wir haben dich gefunden. Komm heraus. Hallo Hop-Hop. Spielst du verstecken mit uns? Ah, und was ist bei dir in der Garage versteckt? Das ist eine Spielzeug-Orange. Aber die Fruchtfleisch-Teile sind nicht drin. Lass uns die suchen. Lass uns alle Teile sammeln. Lass uns die suchen. Das Erste. Das Zweite. Das Erste. Das Dritte. Das Vierte. Das fünfte Und das sechste. Zählen wir sie. Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Jetzt können wir die Stückchen zurück in die Orange tun. Das Rote Das Orangene Das Gelbe Das Grüne Das Blaue Das Violette Hopp, hopp! Sieh mal! Da ist ein roter Knopf in der Mitte. Haha! Wollen wir weiterspielen? Lass uns die Orangenstückchen an ihre Stelle tun. Das erste Das zweite Das zweite Das dritte Das vierte Das fünfte Und das sechste Stückchen Toll, hopp, hopp! Du hast alles richtig gemacht. Du musst jetzt gehen? Dann komm bald wieder spielen. Tschüss, hopp, hopp! Ein gelber Ring rollt über den Spielplatz. Der Ring gehört zu diesem Spielzeug. Hopp, hopp! Lass uns spielen! Schau mal! Den gelben Ring müssen wir hier draufstecken. Schau mal! Das sind Sterne. Hopp, hopp! Er spielt mit dem grünen Stern. Es gefällt ihm, wie er sich dreht. Hopp, hopp! Such auch die anderen Sterne. Ein roter Stern. Hopp, hopp! Ein blauer Stern. Hopp, hopp! Ein orangefarbener Stern. Oh, was machst du denn, hopp, hopp? Hopp, hopp! Hopp, hopp! Hopp, hopp! Hopp baut einen Turm aus Rechtecken. Du kannst auch Quadrate auf den Turm setzen. Hopp, hopp, hopp! Viele Quadrate! Der Turm ist aber groß geworden. Hopp, hopp! Hopp, hopp! Lass uns die Formen auf die Stäbe stecken. Hopp, hopp! Ein gelbes Quadrat. Hopp! Ein grünes Quadrat. Hopp! Ein rotes Quadrat. Ein blaues Quadrat. Grün. Rot. Rot. Blau. Orange. Es sind noch Rechtecke und Kreuze übrig. Lasst uns die Rechtecke zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sie sind umgekippt. Lasst uns auch die Rechtecke und Kreuze auf die Stäbe stecken. Ein Rechteck. Ein Kreuz. Ein Rechteck. Ein Rechteck. Ein Rechteck. Ein Kreuz. Ein Rechteck. Ein Rechteck. Ein Rechteck. Gut gemacht. Und jetzt sind die Ringe an der Reihe. Hier haben wir einen grünen Ring. Sei vorsichtig, Hopp-Hop. Nicht so schnell. Ups. Nichts passiert. Steh auf. Du musst die Ringe zum Spielzeug rollen. Die Ringe drehen sich so schön, nicht wahr? Ups. Steck den orangefarbenen Ring auf das Stäbchen. Ups. Fertig. Hopp-Hop. Wo gehst du denn hin? Willst du dich verstecken? Wer versteckt sich hinter dem lilanen Ring? Ups. 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 Hallo Hopp-Hop. Ups. Spielst du heute mit den Ringen? Ups. Wollen wir sie zählen? Ups. 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 Grüner Ring. Ups. 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 Gelber Ring. Ups. 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 Roter Ring. Ups. Drei. Ups. Ups. Blauer Ring. Ups. 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 Uh. Ups. 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 Lila-Narging. Fünf Sieh mal, Hop-Hop! Da ist eine Schildkröte auf der Rutsche! Nein, nicht unter der Rutsche! Auf der Rutsche! Schau nach oben! Hopp, Hopp! Du musst die Schildkröte herunterschubsen! Schubs! Gut gemacht! Und jetzt kannst du selbst herunterfahren! Lass uns die Schildkröte zu den Ringen bringen! Hopp, Hopp! Zieh die Ringe über! Zuerst den größten! Lilanen! Der blaue ist etwas kleiner! Der rote Ring Der gelbe Und der grüne Ring Der kleinste! Wir haben die Schildkröte zusammengebaut! Hopp, Hopp ist mit ihr weiterspielen gefahren! Auf Wiedersehen, Hopp, Hopp!